Die GWD-Spieler-Interviews werden präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn für den Fall der Fälle. Dalibor, zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum 35. Geburtstag. Es gibt bei uns so ein Sprichwort, je öller, umso döller. Trifft das auf dich zu? Das glaube ich, ich fühle mich wie 20. Elf Tore, am Anfang haben wir gedacht, du wolltest heute das Spiel ganz alleine spielen. Ja, wenn man so trifft, dann muss man auch weiterwerfen. Aber dann hat die Kraft in der zweiten Halbzeit nicht gereicht. Und das ist manchmal so, dass man nicht die Kraft zurück hat. Aber ich glaube, wir haben ganz gut gekämpft, aber Magdeburg war heute stark. Meine, wir hatten ja heute schon wirklich viel Ersatz dabei, dass sogar Florian Freitag auch mit Aushelfen musste auf der linken Position. Bill Bia als unser Haupttorschütze gefehlt. Dafür hat sich die Mannschaft doch ziemlich gut verkauft. Ja, das glaube ich. Also wir machen 32 Tore, kriegen 38 zu Hause. Also eigentlich, wenn man 32 Tore macht, dann muss man auch gewinnen. Aber jetzt haben wir das Spiel verloren. Aber ich glaube, wir haben alle ganz gut gekämpft. Und auch die, die sich verabschiedet, das letzte Spiel gemacht haben, haben auch gut gekämpft, dass man die Gedanken haben, also in den kommenden Jahren. Ja, jetzt kann man so sagen, die Saison ist zu Ende. Das Klassenziel ist erreicht. Wir sind im nächsten Jahr wieder dabei. Was machst du jetzt zunächst mal, bevor es wieder in die Vorbereitung geht? Ich fahre morgen nach Schweden, bleibe da fünf Tage und dann sehen wir. Dann müssen wir trainieren bis 13. Juni. Und ja, mal sehen, was man da macht. Und ich meine, in deinem Alter freut man sich ganz besonders auf die Vorbereitung, oder? Ja, ganz, ganz toll. Aber ich bin nicht so alt. Du bist der Alte hier. Alle sprechen über mein Alter, aber ich meine, Alter ist nur eine Nummer. Genauso. Und du hast heute gezeigt, dass das überhaupt kein Problem ist. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine schöne Sommerpause und wir sehen uns hier in der nächsten Saison wieder. Heute Abend eine schöne Feier. Dankeschön. Ja, Gerry Eilers, letztes Saisonspiel. Man hat schon gesehen, eine Menge Wehmut bei den Fans des SCM, dass du sie verlässt. Aber du konntest dich jetzt schon mal ein bisschen umgucken in der neuen Heimat. Ja, war ein sehr komisches Spiel. Dass man sein letztes Spiel und sofort gegen die neue Mannschaft hat. Und ja, ich war schon ein paar Mal hier. Aber jetzt kommt das erst an. Und ja, dann kann man schon ein bisschen umgucken. Und wie war die Atmosphäre in der Halle jetzt nicht mal abgesehen vom Ergebnis? Wie hat dir die Atmosphäre gefallen? Du kennst ja die Halle. Aber es ging für GWD ja eigentlich um keinen Platz mehr. Trotzdem war die Stimmung ganz gut. Ja, es ist immer das letzte Spiel, da werden Leute verabschiedet. Und ich fand es schön, dass die komplette Spiel steht hinter die Mannschaft. Und ja, das zeigt nicht an guten Fans aus. Und das gibt es hier, denke ich auch. Jetzt hast du im nächsten Jahr einen neuen Partner mit Jens Fortmann. Ein deutscher Nationaltorwart, ein holländischer Nationaltorwart. Passt das gut zusammen? Natürlich. Ich hatte dieses Jahr auch schon diese Konstellation. Das hat sehr gut zusammen. Ein junger Torwart und ein bisschen älter. Und das passt gut zusammen. Ja, du weißt, Emin hat schon mal ein holländischer Nationaltorwart gespielt? Schon zwei. Mit Besierewitz und Jan de Backe. Ja, genau. Du bist besser informiert als ich, das stimmt. Okay, insgesamt, ihr habt gemerkt, am Ende hat es jetzt doch nicht gereicht für den Platz vor Melsungen, weil Melsungen selber gewonnen hat. Enttäuscht oder war da mit zu rechnen, dass sie gewinnen? Da ist mit zu rechnen, aber man ist enttäuscht, weil man hofft immer. Und wir haben heute unsere Aufgabe gemacht. Aber das geht über eine ganze Saison und nicht über ein, zwei Spiele. Und ja, man ist, es ist schade. Okay, also im nächsten Jahr eine neue Mannschaft für dich hier, die dich mit offenen Armen empfangen wird. Die Leute konnten heute schon mal sehen, was du drauf hast. Und ich glaube, sie sind ganz froh gestimmt. Ich bin ganz froh, ich habe Lust, es kann losgehen von mir aus. Vielen Dank, Geri Eilers und schönen Sommer. Schönen Sommer für alle. Schönen Sommer für alle. Schönen Sommer für alle. Schönen Sommer für alle.